So meine lieben Freunde, Tag 3, der 26. Dezember 2023, bevor jetzt jemand denkt, dass ich das Video irgendwie vor 10 Jahren oder so gemacht habe und das jetzt erst nach 2 Jahren rauskommt. Ja, heute kommt übrigens erst mein erstes Video raus, also um 13 Uhr in Deutschland, also in der Zeit, weil ich hier um 12, weil hier ist ja minus 1 und ich habe mir gedacht, komm, 12 ist noch ein bisschen zu früh, machen wir lieber 13 Uhr, weil 13 Uhr ist vielleicht jeder wach und so, deswegen. Und heute ist es so, dass jetzt alles wieder geöffnet hat, was ich richtig geil finde und wir haben die Möglichkeit auf den Hop-On, Hop-On, wegen den Wind, sorry. Wir haben die Möglichkeit auf den Hop-On, Hop-Off, was, wenn man es so nennen möchte, weiß ich nicht. Also das heißt, wir können durch ganz London, naja nicht ganz, aber halt in den meisten Gebieten einfach mit einem Bus hier einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Also eigentlich sagst du ja schon Hop-On, Hop-Off. Ganz simpel, wir werden heute auf jeden Fall was shoppen. Ich habe mir gestern auch noch, ich weiß nicht, ob ich es gefilmt habe, noch mal so ein Souvenir geholt, dieses weiße Prime, weil ich dachte, komm, das Schwarze ist cool. Und wisst ihr, was das Ding ist? Hier, wo ich gerade laufe, hier ist ja auch das Big Ben, hier habe ich für zwei Dinger 10 Pounds gezahlt und da hinten, also heißt, ein Stück von diesem Prime hier kostet 6 Pounds. Ich habe ein Angebot gemacht, habe halt gesagt, ey, 2 für 10, der hat gesagt, okay. Und da hinten, bei meinem Hotel, kostet es einfach 3 Pounds. Ich wurde einfach gescamed, ich glaube es nicht. Aber egal, wie gesagt, wir laufen jetzt zum Hop-On, Hop-Off-Wass und jetzt kann ich euch gleich nochmal Big Ben in der Früh zeigen. Let's go. Übrigens, das ist 9 Uhr morgens, also 9.15 Uhr, da hinten ist Big Ben. Wir fahren auch die ganze Zeit Büsse, es ist so geil. Vor allem, jetzt um die Uhrzeit ist hier kaum was los. Wir sind auch gestern erst um 11 Uhr hierher gekommen. Da war auch zum Beispiel nicht viel los. Dann 1, 2 Stunden später, digga, war da die Hörne los. Also wir hatten gestern auch ein perfektes Timing. Ja, ihr würdet euch jetzt safe aufregen, dass es nicht so viel Filme ist. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe gestern sehr viel von Big Ben gefilmt. Deswegen mache ich das heute nicht. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ja, wie gesagt, wir warten jetzt noch auf den Bus. Und dann fahren wir gleich in die Stadt. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.